Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir sind hier im Let's Play Stingreen beim Spiel. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wollen Revanche. Und wir wollen, dass wir endlich mal in dieser zweiten Hälfte der ersten Bundesliga auch endlich mal einen Sieg bekommen. Wir sind dritter. Jetzt hat sich die Mannschaft langsam dran gewöhnt und jetzt sollten wir auch mal gewinnen. Okay. Berlin startet direkt mit einem Lauf nach vorne. Bombe. Der WB Games ist Play. Ja, ich hab Dicol reingetan. Lapa. Ach Leute. Napa und Tor. Ich hasse das mal. Siebte Minute 1-0. Beim zweiten Tor wechsle ich Tornado aus und dann ist mir seine Moral egal. Sowas geht doch nicht. Das Torwart... Wie kippt sie das? Nehmer. Das ist eine gelbe für die. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das ziehen wir dann. Bam. Sergio Ramos. Götze. Fuck it. Wulff. Wulff. Versteigen, ey. Geld auch alles. Götze! Mann! Komm schon! Ich dachte, es wäre gut. Ich dachte, es wäre gut. Scheiße! Nehmer. Götze! Och Mann! Das Ding geht alles. Das ist scheiße! Das ist kein normaler Torwart mehr. Der wird gedoped. Nicht a-doped. Mit Photoshop. Gedoped. Der hat irgendetwas gespritzt bekommen. Nein, 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 nein. Oh Mann! Das ist kein normaler Torwart. Das ist ein normaler Torwart. Ich bin bei ihm. Ich bin mit ihm. Daher bin ich. Ich bin mit ihm. Ich bin mit ihm. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Scheiße ist es doch gar nicht. Das ist so scheiße. 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 du denn HUMMITS Na scheiße Scheiße ist das Fuck Das weiß ich warum ich auch kein Spieler gekauft hab Jetzt hat nur die Mannschaft zerstört Schere die Zeitspiel Können wir schon mal die Meisterschafts Wegstreichen So Anfang in der Saison Schön Toll Ich freu mich Der beste Start Ich lasse das Zornade drin Das geht mir zum Beispiel vorbei Fuck Fuck Ich lasse das Play eins MAH Fuck Fuck Och Götze bist du dumm Du bist so scheiße und dumm Ja 16 Saison Äh 11 Saisonstore Saisontore klar Bei Dortmund aber nicht bei uns Spann Von den Saisontoren sieht man gar nix Rein gar nix Schöner Schöner Einwurf Sehr schön War mir aber klar das war eine Klatsche gegen Blattbach kriegen weil Tornade im Tor ist Deswegen werde ich auch im Spiel gegen Dortmund Tornade nicht im Tor lassen Die Aus Die Durch die 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 Ach, komm schon, Schiri! 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 Das war ein klares Foul, ne, und der ist weiterspielen, obwohl wir noch niemals den Ball hatten. Hallo! Na, setz dich doch mal durch! Nicht! Ah, das war ein Foul, ne? Aber das darf... Nö! Das ist sich nicht an! Sehe ich einfach nicht an! Klar! Ich hab' langsam keinen Bock mehr! Ich hab' langsam keinen Bock mehr! Weil alles geht einfach schief! Die Transfers haben ein Fehlgriff! Die Mannschaft ist viel zu verletzlich jetzt! Wenn irgendwas schief geht, dann... Lassen Sie sich alles fallen! Da! Da! Und das ist die Chance. Neymar.